Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Charmante Banditen Bundle von Mr. Meta. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Charmante Banditen von Mr. Meta. Das Ganze am 24. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, das Debütalbum von Mr. Meta ist endlich erschienen. Das Ganze gab es als reguläre Version, also als reguläres Album und einmal als Bundle. Dieses werde ich euch hier vorstellen. Wir haben hier eine durchsichtige Plastikverpackung und hier oben haben wir noch einen Sticker drauf. Wir haben hier einmal einen Riesenbarcode. Daneben lesen wir RBK, Good Life, Gold League, also so die Beteiligten, Labels, Vertrieb und so weiter. Dann CHB, Charmante Banditen und dann hier ganz klein darunter, ich hoffe man kann das so halbwegs erkennen, Mr. Meta, West-Berlin-Untergrund. Alle Rechte vorbehalten. CHB 2019. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, auf der Rückseite blank, werden wir mal diese Folie hier öffnen. Ich befürchte, das Ganze ist hier nicht so regulär zu öffnen, das bedeutet, wir werden das Ganze hier mal aufschneiden. So, und jetzt können wir hier wunderbar aufreißen und dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier einmal das Album an sich, Charmante Banditen. Dann haben wir hier einen Sticker, eine Visitenkarte, ein Shirt und ein Poster. Bis auf das Shirt ist hier nicht in Folie, also auch nicht das Album. Wir werden das Album natürlich gleich herholen, um damit zu starten, aber vorher holen wir noch das Shirt hier aus der Verpackung. So, und dann geht es wie immer gewohnt, wie gewohnt, los mit dem Album. So sieht das aus. Wir haben hier ein hellgraues Cover, sieht so ein bisschen aus wie so eine steinerne Oberfläche, wie so Marmor-Struktur. Hier oben lesen wir wieder Mr. Meter, Good Life und CHB Charmante Banditen. Das haben wir dann auch hier unten in Gold. Und wir haben hier eine Maske von Mr. Meter. Wir haben hier sogar auch noch hinten das Gummiband hier zu sehen. Also eine Maske, sieht so ein bisschen aus, als würde man damit ja Fasching feiern oder eventuell irgendwie eine Bank ausrauben. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase. Auf der Seite lesen wir auch Mr. Meter Charmante Banditen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Stück an der Zahl. Und wir haben hier Features von El Manito, Maho, Lucio und Nisi. Dann haben wir wieder die Beteiligten plus einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. So, als erstes kommen wir mal zum Booklet. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal den Interpreten Mr. Meter mit einer schicken Burberry-Jacke. Das Ganze dürfte sich hier in Berlin abspielen, nachdem er ja hier aus Berlin ist. Dann haben wir hier die ersten sechs Tracks, inklusive der Info, wer daran beteiligt war. Also wer hat den Text geschrieben und wer hat die Musik beigesteuert. Das kann man hier nachlesen. So, was haben wir hier? Weitere Tracks und weitere Eindrücke. Hier mit einer KDW-Einkaufstasche. S-Bahnhof Savini-Platz. So, weitere Infos zum Album, also die letzten zwei Tracks plus Album-Credits. Und nochmals weitere Fotos. Was lesen wir hier? Bikini Berlin. Und zum Abschluss haben wir dann noch in Gedenken an unseren verstorbenen Bruder King Ensa. Also, dieser gute Mann, der dürfte wohl verstorben sein und dürfte zu seiner Lebenszeit gesprüht haben. Und dem wird hier entsprechend Tribut gezollt. Dem gedenkt man hier sehr schön. Wir kommen zur CD. Es ist, wie gesagt, das Debütalbum von Mr. Meter. Es gab ja schon zahlreiche EPs, aber das ist jetzt das erste richtige Album. Ja, das Album von der CD her recht schlicht. Also, in der Farbe, in dem Artwerk, wie auch das Cover, in diesem Hellgrau und Gold. So sieht das dann aus. Auch hier wieder diese Struktur. Für mich schaut das aus wie Marmor. Dann packen wir das mal zur Seite. So, dann haben wir mit dabei einen Sticker. Der ist quadratisch. Ist einfach eins zu eins das Albumcover auf etwas kleinere quadratische Größe gebracht. Und das Ganze ist eben ein Sticker. Sehr schön. Dann haben wir eine Visitenkarte. Klassisches Format, wie man es von Visitenkarten kennt. Und hier lesen wir dann Money Calls. Und auf der Rückseite haben wir, ich habe das jetzt hier mal abgedeckt, eine Nummer. Eine Telefonnummer. Hier unten haben wir dann noch die Symbole. Also ein Telefonhörer und einmal dieser Papierflieger. Ich glaube, das ist ja Telegram. Und dann haben wir noch eine Nummerierung 217 von 300. Also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist dieses Bundle, diese Edition auf 300 Stück durchnummeriert, auf 300 Stück limitiert. Und mein Bundle ist in diesem Fall dann Nummer 217. Das gefällt mir schon mal gut, dass man das hier so transparent gestaltet hat mit der Nummerierung. Jawohl. Dann haben wir ein Poster mit dabei. So sieht das aus. Der Interpret gerade am Rauchen mit einem Hoodie von Ralph Lauren und wieder der Burberry-Jacke. Und hier unten wurde das Ganze dann auch noch unterschrieben. Hier haben wir, ist die Frage, was das hier darstellen soll. Eventuell ein Herz. Oder? Ja, keine Ahnung, was das hier oben ist. Aber darunter lesen wir dann Mr. Meta und CHB. Also, charmante Banditen. Das Ganze kommt im Hochformat und ist einseitig bedruckt. Die Rückseite ist weiß. Und als letzten Inhalt, als letzten Bundle-Inhalt, haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. So, das Shirt ist in weiß gehalten. Hier auf der linken Brustseite lesen wir dann wieder den Album-Titel. Charmante Banditen. Unten am Bund haben wir dann hier noch Mr. Meta aufgenäht. Also eine kleine Detailarbeit hier am Bund. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier den Interpreten mit einer Dame, die ziemlich viel Ausschnitt hier zeigt. Im Hintergrund sehen wir wohl auch wieder Berlin, weil hier lesen wir unter anderem KDB. Dann haben wir hier 19 und CHB. Ja, also CHB hier überall präsent. Und hier oben dann auch noch ein MM. Das steht wohl für Mr. Meta. Und hier ist dann auch sogar noch mal die Maske eingearbeitet, die wir vom Album-Cover kennen. Jawohl, also das ist ein Backprint hier. Und das Ganze in schwarz-weiß. Bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Mr. Meta in der Größe Large. Die Größe war einheitlich, die konnte man nicht irgendwie frei auswählen. Okay, mehr steht hier nicht drin. Jetzt schauen wir noch mal kurz, ob wir hier doch eventuell irgendwo... Ja, das habe ich gesucht. So, was lesen wir hier? Mula. Mula Employer Branding Berlin. Okay, dann haben wir hier die Waschhinweise. 100% Baumwolle. Und ansonsten steht hier nichts weiter. Okay. Gut, dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in weiß in der Größe L. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat inklusive Unterschrift. Die Visitenkarte, die das Bundle durchnummeriert und auch eine Telefonnummer enthält. Dann haben wir einen Sticker, quadratisch. Und natürlich das Album an sich im Reguland-Jewelcase mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Charmante Banditen von Mr. Meta. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mr. Meta unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao. ! Du bist auf. Du bist auf.